Pelau und Alaaf im Vogtland. Rund 15.000 Menschen verfolgten den Plauner Faschingsumzug 2024. Zur 28. Ausgabe beteiligten sich 800 Teilnehmer mit 30 Umzugsbildern. VTV übertrug das Spektakel live. Hier sind die besten Bilder des diesjährigen Umzuges. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Den Faschingsumzug Noch einmal in voller Länge können Sie auf unserer YouTube-Seite von Vogtland TV sehen.